ich habe total lange überlegt wie ich dieses video anfangen soll und das ist jetzt einige zeit vergangen und ich habe so richtig ich dachte ich habe einen guten plan aber ich merke gerade wie der nicht aufgeht zumindest so wie ich mir das vorgenommen habe weil irgendwie ist das eine ziemlich blöde situation wahrscheinlich könnte schon im titel sehen ihr habt das auch jetzt vielleicht schon vor einiger zeit in der community beitrag hier gelesen den hatte ich taggleich geschrieben am selben tag dass meine an cantus coria genicolata mein ältestes mädel quasi gestorben ist und ich habe heute also ich bin jetzt irgendwie misst gerade ich versuche mich mal kurz zu sortieren ich habe meine kannte scoria genicolata hatte ich vor einiger zeit jetzt vorgefunden und zwar bei der häutung und ich habe da gibt es auch ein short zu den habt ihr vielleicht auch gesehen total freudig heißt auch letzte aufnahme oder letztes video a cantus coria genicolata und es ist so surreal also dieses ableben dieser spinne dass mich das so betrifft das hätte ich nicht gedacht es trifft mich immer in einer art und weise wenn eine spinne hier stirbt ob klein oder groß trifft es mich immer es gibt aber dass das mich das so weghaut ist schon irgendwie ja krass die war eine tolle spinne und ich will euch heute hier aufzeigen wie es dazu kam und das video ich werde das zwischen kommentieren müssen hier weil das erschließt sich nicht alles ich zeige die aufnahmen sehr ungefiltert fühle mich heute in der lage auch darüber zu sprechen es ist so dass diese dieser dieser verlauf dieses videos ich habe das ja dann beim beim sichten jetzt noch mal so so chronologisch miterlebt ist wir fangen gleich an ich finde meine a cantus coria genicolata vor und hat ihr so ein bisschen geholfen nicht dem tier selber sondern im umfeld das seht ihr auch gleich wieso weshalb warum und dann nahm dieser tag ein total miserablen verlauf und es ist so für mich so total bescheuert ich finde das tier von sag ich boah was für ein ereignis meine alte genicolata häutet sich und im nächsten moment was heißt im nächsten moment dieser moment kommt mir so kurz vor aber das hat sich ja den den einen einen sehr langen zeitraum erstreckt und ich kann in diesem video wahrscheinlich keine richtigen zeitangaben machen ich möchte gar nicht lang rumschnacken zusammengefasst meine genicolata ist während der häutung gestorben beziehungsweise musste ich sie am ende erlösen und ich habe jetzt nachdem ich das video material gesichtet habe für mich für mich noch mal ein paar rückschlüsse ziehen können die ich gerne aufzeigen möchte niemand für uns ist hier für die ewigkeit gemacht und wir alle gehen irgendwie irgendwann auf unterschiedlichste art und weise und manchmal ist das alles andere als schön und der abgang meiner kannte scoria genicolata ist ebenso nicht sehr schön und damit meine ich nicht dass sie in der haut stecken geblieben ist obwohl sowohl als auch ich möchte vorweg sagen wenn ihr das video kommentiert auf einer sachlichen und auf einer fachlichen ebene dann bitte ich euch dass ich es auch komplett angeschaut habt ihr wisst ich merke das sofort anhand eines kommentars ob man das video aufmerksam geschaut hat oder nicht zweiter hinweis und das ist ein wirklicher hinweis und die gebe ich hier noch nur einmal das sind teilweise sehr sehr unschöne bilder die ja gleich hochkommen und die auch ich jetzt noch mal erschreckend fand aber ich zeige sie trotzdem weil sie dazugehören und ich versuche das bestmöglich gleich zu kommentieren und transparent zu sein in dem was passiert ist und am ende gibt es glaube auch ein kleines fazit darüber auch nach der zeit die jetzt vergangen ist und ich darüber sprechen werde ich weiß nicht wie lange dieses video wird aber da die aufnahmen auch sehr ungefiltert sind und so weiter ja könnt ihr dann vielleicht jetzt auch miterleben wie ich sehr euphorisch und gleich bestens gelaunt voller freude in diesem video starte und wie das nach hinten echt ein tatsächlich sehr dramatisches ende nimmt und das ist kein klickbild ansonsten hätte ich den titel anders gewählt und hätte viel früher gesagt achtung achtung aber ich fühle mich in der lage jetzt euch das zu zeigen und ich finde es irgendwie wichtig ob ich es dann online stelle wenn es fertig ist mal sehen wir starten hier mit dem video so leute ich ungewohntes bild hier aber die ein oder anderen von euch kennen das wahrscheinlich schon von dem short und zwar dieses bild mit diesem feuerzeug beziehungsweise gab es schon ein short davon dass es meiner kannte scoria genicolata das mädchen und das älteste mädchen und sie hat sich sie hat jetzt tatsächlich von ich glaube vor einer woche oder so gar kein futter mehr angenommen und das heißt bei ihr dass sie ja auch einfach in die häutung geht irgendwann tatsächlich wir kennen das ja von akkannte scoria genicolata so und ihr seht hier schon ein herr komisches seltsames utensil im terrarium das feuerzeug nein ich rauche nicht und die genicolata raucht auch nicht aber ich hatte gerade nichts anderes griffbereit weil jetzt gucke ich mal dass ich hier mit der taschenlampe leuchte mal das anmache da seht ihr hier da liegt sie drunter und diese diese kork spalte wo sie drin liegt hier mittig im bild die ist quasi ganz flach und da saß sie auch mal das ein oder andere mal schon drunter alles überhaupt kein problem aber jetzt zur häutung dachte ich mir so kriegt sie das hin ich bin mir sicher sie hätte das hinbekommen aber nichts desto trotz ja habe ich jetzt quasi eine stütze gebaut um das ganze mal so ein bisschen anzuheben gibt mir einfach ein besseres gefühl manchmal wir machen auch fehler die spinnen vielleicht auch aber nichts desto trotz bin ich gespannt wie sie da jetzt gleich raus schlüpft wird natürlich länger dauern hat ja auch schon ein gewisses alter ist nicht mehr so die ganz jüngste aber wird ich werde jetzt mal hier das handy der seite legen lasse sie weiter in ruhe das licht wird sie nicht stören denke ich und dann gebe ich euch dann noch mal ein update so ihr seht bis hierhin ist nichts passiert wirklich nichts passiert das einzige was passiert ist ich bin ein vorbeigelaufen habt ihr habt ihr dort gesehen gesehen die liegt da frei habe geguckt ob sie irgendwie kontakt zur zum korg hatte und ab denn da mit der taschenlampe drunter geleuchtet habe gesagt wo es aber ganz schön knapp sie hat in dem moment kein kontakt also sie hatte gerade irgendwie alles so angezogen und habe dann dieses korg stück genommen und habe es exakt mit diesem feuerzeug hier tatsächlich das ist hier so ein so ein big feuerzeug tankstelle habe ich genommen und habe gesagt dass von der länge her ideal das nimmst du und hebst das so ein bisschen an dass sie nicht gefahr läuft da wirklich drunter zu sein weil das auch im zeit so ein bisschen abgesagt ist fand das aber sehr attraktiv weil es eine richtig schöne spalte war wie so eine höhle so ein bisschen kontakt haben oder die möglichkeit kontakt zu haben und habe das dann angehoben wie gesagt die spinne hatte zu dem zeitpunkt keinen kontakt ich habe dann gesehen dass sie sich da rum räkelt und wie wir das kennen wie ihr das kennt für alle die das schon mal beobachtet haben ich habe ja auch vor kurzem gelernt dass es leute unter uns gibt die dann sehr lange darauf warten mussten so was mal live mit zu erleben und habe dann erstmal weitergearbeitet und habe gesagt okay kommt alleine zurecht und habe das nochmal geprüft dass das fest ist und dass hier dran nichts passieren kann alles klar ist fest kann nichts dran passieren habe dann gesehen dass sie sich da streckt und dann ist eine ganz lange zeit vergangen wo sie tatsächlich so lag wie in der ersten szene wie ich eingeblendet habe und habe dann für mich habe gesagt es geht gar nicht weiter irgendwie und habe für mich dann festgestellt dass die beiden arme die oben am kork hingen dass sie sich wohl gestreckt hat mit ihren klauen irgendwie in diesem kork der ja auch zum teil sehr weich ist wohl rein ist und da fest hing ich habe stand nämlich davor und diese minimalistischen bewegungen man muss da völlig konzentriert sein um drauf zu schauen und gucken was was passiert und hat dann nur diese arme und habe immer gesehen wie sie so ja so so zog das ich habe gesehen dass es auf spannung und sie kam dann nicht alleine weg alleine bei kräften außerhalb einer häutung wäre sie damit locker weggekommen hätte sich befreien können aber so während der häutung anscheinend nicht ich habe das noch einen moment beobachtet und bin dann hergegangen und habe diese pinzette hier genommen ihr seht das ist eine ganz einfache hier pinzette ich weiß gar nicht warum die hier liegt und habe damit nicht gegriffen also so sondern habe die ganz hinten gefasst und habe eine spitze hier genommen und habe quasi bei dem längeren bein drunter gefasst und leicht angerufen bein war sofort raus aber bei dem unteren habe ich gesehen ich komme damit gar nicht rein weil ihr seht das hier das hat doch schon ein bisschen materialstärke und dann habe ich genommen vorbereitung ist alles eine nadel und zwar so eine stecknadel oder wenn man ein hemd kauft so ein business hemd oder so da sind auch so tausend nadeln drin und so eine nadel die ist wirklich sehr sehr dünn habe ich mir schon ein paar mal irgendwie den finger gerammt wenn man so ein hemd auspackt oder so sind wir tausend stück dran und habe dann diese diese nadel genommen und habe gemerkt bei dem kürzeren bein das ist wirklich fest und war in dem moment völlig entschlossen und habe dieses beine tatsächlich an dem haken lediglich den haken berührt und konnte den mit einem minimalistischen aufwand lösen und sie hat sofort das bein wieder runter gezogen und habe gesagt was wäre bloß passiert wenn das wenn ich jetzt nicht geholfen hätte dann hing sie da wahrscheinlich fest wahrscheinlich hätte ich es dann abends gesehen wenn ich unterwegs gewesen wäre oder so passiert aber manchmal kommt ja alles zusammen ich gucke da rein helfe ihr sie hing nicht wirklich lange in dieser situation vielleicht halbe dreiviertel stunde ja keine stunde auf jeden fall so und das war so erstmal der Hauptaugenmerk dass ich das bis hierhin festgestellt habe so jetzt ist einige Zeit vergangen und ich hatte das gerade gar nicht auf dem Schirm aber jetzt hier vor diesem Schnitt hier habt ihr wahrscheinlich gesehen dass hier oben anerkannt ich markiere euch das mal dass da zwei Beine fest waren beziehungsweise hoch standen als wenn sie sich daran festhält und ich hatte sie beobachtet und ich mache nochmal Licht an sie hatte am Kork ihre Beine dran und ich habe mich gefragt okay geht es hier gar nicht weiter weil es auch wirklich schon einige Zeit vergangen ist und siehe da sie hing dort fest mit den mit ihren Klauen hing sie da fest ich habe mir das angeguckt und habe gesagt okay habe das Feuerzeug immer so ein bisschen weggenommen habe gesagt wieso hat sie die Beine da so oben dran und ja was soll ich euch sagen also komisch ich weiß nicht was sie jetzt ohne mich gemacht hätte wäre sie wahrscheinlich auch zurecht gekommen oder so ich weiß es nicht aber ich habe jetzt quasi mal geholfen das war gar nicht so einfach mit einer kleinen Pinzette diese kleinen Füßlein hier quasi da zu befreien man sieht das hier ganz gut die Haken seht ihr das da auch hier nochmal die Markierung damit hing sie fest keine Ahnung ob das so quasi eine Falle war oder so mal gucken ob sie jetzt weitermacht also ich sage ja selber immer stresst euch nicht die Tiere wissen schon was sie tun das kam mir allerdings gerade sehr suspekt vor jetzt kommt tatsächlich schon mal der Moment wo ich weiter aufnehme und während dieser Aufnahme ihr müsst euch vorstellen ich habe die Kamera da liegen gehabt und habe dann so beobachtet und wollte immer mal so ein bisschen das verfolgen ich wollte jetzt keinen Zeitraffer machen das Netz ist voll mit Zeitrafferaufnahmen und wollte das eher so kommentieren über dem zu dem was ich da gerade finde auch für mich irgendwie um das später mal anzuschauen weil dieses Tier ist ja in einem Alter ab einem gewissen Alter je nachdem Vogelspinnen wie die Erwartungshaltung oder die Alterserwartung ist auch spektakulär ist und man sieht jetzt hier in der folgenden kurzen Aufnahme dass ich schon ich habe irgendwas im Gefühl und fange an zu stocken und merke irgendwas stimmt nicht so es sind jetzt noch mal ein paar Stunden vergangen und ich kann jetzt schon sagen dass diese Häutung quasi Probleme mit sich gebracht hat und zwar hatte sie jetzt beim Abstreifen ähm ich kann das jetzt hier nicht jetzt seht ihr gleich wie ich sie wieder vorgefunden habe und zwar war sie wieder mit einem Beinpaar oben am Kork dran also hat sich durch Strecken auch wieder Kontakt zum Kork gehabt und fing dann halt auch an das seht ihr gleich wie wie ich hatte das Gefühl dass sie sich dran hochziehen will war natürlich super aufmerksam weil ich hatte vorher gemerkt dass sie dort fest hing und sich aus eigener Kraft nicht lösen konnte also sofort starrer Blick was passiert hab denn aber beim genauen Hinschauen gesehen dass sie nicht fest hing und man sieht das ja auch dass sie dann immer nachfasst also die Krallen kam jetzt hier nicht ins Spiel oder sind unglücklicherweise nicht irgendwie hing fest oder so und ähm das war so die Situation ne und da dachte ich hm ich sehe da was was ist das aber hey sie versucht sich zu drehen dachte ich so okay ist anscheinend doch irgendwie soweit alles ganz gut gelaufen und das ähm wie gesagt ist jetzt dieser Part so jetzt oh jetzt bewegt sie sich gerade zufälligerweise noch immer also ich störe gerade nicht ich habe die ganze Zeit die Scheibe auf ich bin im Raum es kann nichts passieren sie versucht sich jetzt womöglich gerade zu drehen ich sehe am Boden lymphflüssig das ist jetzt wirklich ein Zufall dass ähm sie sich versucht zu drehen sie versucht sich daran hochzuziehen vorhin hing sie ja wirklich sehr durch und ich mache jetzt das was ich euch natürlich auch empfehlen würde ich mache nichts ich mache nichts ich habe diese ähm Sache hier angehoben mit dem Feuerzeug ich habe sie vorhin weil sie hing fest definitiv jetzt hat sie ihre Beine da dran und ich kann sehen ich versuche mal dass euch so weit ranzusumen seht ihr die Krallen dort ich gehe noch weiter dran hoppala das war ganz schön weit naja ich wieder mit der Technik ne das ist ein bisschen zu viel so viel wollte ich gar nicht so hier sorry dafür aber äh wie gesagt ich bin gerade etwas angezeckt und nicht sauer sondern einfach geknickt ihr seht hier die Krallen und hier seht ihr die andere Kralle die stecken gerade nicht im Kork drin vorhin hat man sehr deutlich gesehen und ich habe das leider denn auch nicht nochmal euch verdeutlicht ähm hier aufgefangen ähm da hat man sehr deutlich gesehen dass sie durchhingen ja sie hing tatsächlich daran fest und ähm ich hatte es ja auch mit der Pinzette dann vorsichtig gelöst und zwar nur an der Kralle das war kein Problem und jetzt sehen wir das hier unten ich bin gespannt die Häutung hat sie nach rechts weggestoßen das habe ich nicht mitbekommen es ist irgendwie ich ich arbeite ja nebenbei und in den in den pausen in den kurzen da gucke ich dann mal kurz rüber wenn ich was zu trinken hole man kann eh nichts machen und ich weiß dass ich mich primär auch damit verrückt mache aber ich sehe da unten zum Beispiel liegt irgendwas mit Lymphflüssigkeit und wenn ich das richtig deuten kann die Haut hier lasse ich natürlich drin liegen die ähm soll sie selbst entscheiden ob sie die jetzt benutzen möchte oder nicht jetzt folgt der Abschnitt wo ich tatsächlich auch dann gesagt habe mäh Schilizären oh kann sein dass sie ein Bein verloren hat weil ich da irgendwo Lymphflüssigkeit gesehen hatte ich war mir auch nicht so sicher dachte aber trotzdem es ist irgendwie in Ordnung und da sie jetzt doch irgendwie sehr agil schien und sich umdrehen wollte und augenscheinlich das Korkstück zur Hilfe nehmen wollte und da wollte ich halt nicht helfen weil ich gesagt habe okay du hast dir ausgesucht da drunter zu liegen du hast dich da gehäutet ich habe etwas unterstützt indem ich mehr Raum schaffe mehr will ich dann aber auch nicht machen war für mich die Situation ich will nicht sagen für einen Moment erstmal entspannt aber beim schneiden ist mir jetzt halt wie gesagt aufgefallen dass ich ja ob nicht optimistisch war aber dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so besorgt war trotzdem mit den Schilizären hatte ich am Anfang gesehen ist da was habe ich da was gesehen ich konnte es nicht richtig deuten auch so anders verfärbt waren und naja seht selbst die Schilizären keine Ahnung keine Ahnung und ich vermute mal wenn ich das richtig deuten kann dass sie ein Bein verloren hat aber das bin mir da gerade nicht so sicher ja normalerweise in solchen Momenten filme ich ja nicht mit aber ich kann jetzt eh nichts machen und wie gesagt die Scheibe ist offen ich bin permanent mit im Raum sie würde auch nicht rauslaufen jetzt oder so sondern damit ich sie einfach nicht störe wenn ich die Scheibe rauf und runter mache ich möchte jegliche Art der Störung vermeiden deswegen bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen leise weil ich so in die andere Richtung spreche dass meine der Atem von dem gesprochenen nicht in das Terrarium geht also falls jetzt gerade der Ton nicht gut sein sollte entschuldigt das und wie gesagt ich lasse sie jetzt in Ruhe und melde mich später nochmal zurück ich kann euch jetzt gar ich wollte vorhin sagen wie viel Zeit immer vergangen ist ich bin maximal stündlich hier dran und von daher habe ich da jetzt auch nicht so richtig auf die Zeiten geachtet aber ihr kennt mich ja sowieso von daher sieht man das hier nochmal mit den Krallen jetzt sieht man auch dass sie sich hier abstützt dass sie sich daran hoch zieht vorhin hing sie ja richtig durch ich habe das bei dem ersten Teil ich habe das gerade nochmal gesichtet da hingen sie richtig durch und ja das hätte ich eher erkennen müssen ich habe es ja dann auch schnell erkannt hier sieht man jetzt ganz gut im Vergleich ja die Beine werden gekrümmt sie zieht sich ran sie bewegt sich das heißt sie ist nicht schlapp und hängt durch sondern sie macht das jetzt gerade gewollt man sieht es hier sie löst jetzt hält sie sich wieder fest na was macht sie denn jetzt dreht sie sich um wir gucken nochmal sie will sich umdrehen und jetzt kommt es auch da sind noch die Schilizären dran die alten Schilizären ich hatte gehofft dass die jetzt an der Haut sind aber ne man sieht es noch man sieht es noch sie will sich umdrehen ich warte nochmal einen Moment zu gucken ob da jetzt noch was passiert in den nächsten Sekunden das sind noch die alten Schilizären ja ach Mist oder vergucke ich mich da gerade ich bin gerade unsicher jetzt folgt nochmal so für mich dass ich her gehe und ähm nochmal sichte und wollte das nochmal so bewerten mach das auch gleich in die Kamera rein und ähm hatte so das Wechselbad der Gefühle dass ich für mich festgestellt habe okay ähm dreht sie sich gleich dreht sie sich nicht kriege ich das gleich mit oder meistens ist da schwupps dann schafft sie das vielleicht tankt sie jetzt gerade nochmal Energie und dann dreht sie sich und dann passt soweit alles ich bin gerade tatsächlich unsicher ich gucke mal ich gucke mal ich habe ja noch ein anderes Weibchen im Zulauf von einem Bekannten aus einer Auflösung ist ein wir vermuten dass das ein Geschwistertier ist damals kann sich keiner mehr daran erinnern nach dieser Zeit man sieht hier auch jetzt ähm die Epigastralfurche ganz gut die offene mittig im Bild hier da ja genau ja ach Mensch ich bin irgendwie geknickt und ich bin eigentlich eher in Sorge ne ich bin nicht geknickt nicht sauer oder so weil ich vorhin gesagt habe ich bin angezeckt ich bin in in Sorge ne ich habe damit nicht gerechnet dieses Weibchen steht so im Saft so fit und dann passiert das ich lasse sie jetzt in Ruhe ich beende jetzt hier die Aufnahme und ähm ich muss jetzt erstmal weiter schauen und dann gucken wir gemeinsam später nochmal drauf vielleicht hat sie sich dann auch schon einfach umgedreht und jetzt kommt der Part Leute und hier nochmal der Hinweis ich musste diesen Teil jetzt neu aufnehmen weil ich mich grad so verzettelt habe irgendwie in meinem Kopf und irgendwie äh musste ich grad äh kurze Pause machen jetzt kommt der Part wo man das Ausmaß sieht was wirklich schief gegangen ist und ähm ich bitte euch das ist jetzt kein Clickbait oder sonst irgendwas oder wie man das nennt überlegt euch das ich weiß wie einige sehr sensibel darauf reagieren wenn ähm Tiere irgendwie verletzt sind oder 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 ne für mich ist das auch grad echt richtig schwer und ziemlich ähm Mist aber mir ist es halt wichtig das auch irgendwie zu zeigen ich weiß ja noch nicht mal ob ich es dann wirklich online stelle wenn ich äh zum Schluss insgesamt sehe aber wir wir haben eins die ganze Zeit wir haben die Spinne irgendwie immer von der ähm von der linken Seite gesehen sie lag auf dem Rücken also haben wir ihre rechte Seite gesehen ja so so sehen wir die Spinne die ganze Zeit und jetzt habe ich sie vorgefunden und sie hat sich gedreht das heißt wir sehen plötzlich die andere Seite ihre linke Seite weil sie sich gedreht hat und das Ausmaß der Verletzung bei diesem Tier diese Kombination das tat mir so in der Seele weh zu sehen aber ich habe auch gebraucht einen Moment das zu realisieren und ähm schaut es euch gerne an wie gesagt bleibt da bitte sachlich ähm ihr dürft nicht vergessen dass ich in dem Moment ich habe die Kamera angemacht bin drangegangen und in dem Moment wo ich wie gesagt da spreche spreche ich eigentlich gar nicht zu euch sondern wenn ich das so richtig bewerte ich denke in dem Moment einfach laut natürlich spreche ich irgendwie zu euch aber von den Inhalten her war das so mein lautes Denken und während ich das so für mich analysiere sortiere und ähm ich habe das in diesem Ausmaß bei mir sind alte Tiere auch schon während der Häutung gestorben die sind in der Haut stecken geblieben es ging irgendwann nicht weiter ich habe sie gefunden dass ich jetzt dabei war und in diesem Ausmaß das ist auch für mich ein extrem ne und wie gesagt schaut euch das an ich habe euch den Hinweis gegeben dass das sehr unschöne Bilder sind ähm also für mich sind das total unschöne Bilder ähm und wie gesagt schaut euch das an wenn ihr wollt und ähm ansonsten ähm versuche ich das in dem Moment ne falls sich jemand fragt warum hast du noch nicht so irgendwie schnell reagiert ich versuche das in dem Moment noch zu wechseln ich versuche das in dem Moment zu sortieren zu verstehen was da wirklich passiert ist ob es wirklich das ist was ich sehe oder ob ich mich vertan habe weil ihr erinnert euch vorhin hey meine Spinne häutet sich yippie yi yi irgendwas ist komisch Lymphflüsse ne doch alles okay doch alles okay jetzt zieht sie sich rum naja ist halt ein altes Mädchen ja also so ein so ein Wechselbad der Gefühle im Laufe dieses dieser Zeit und ähm schaut euch das an ne mehr kann ich hier nicht zu sagen bildet euch eure eure Meinung oder das was ihr da seht ähm ich kann euch eins sagen in so einer Situation das richtig zu bewerten ist mir sehr sehr schwer gefallen oh man ich äh das sieht echt übel aus also ich weiß selbst noch nicht wie das jetzt wahrzunehmen ist nur vorhin erinnere ich mich hey meine Ginikulata häutet sich wow und ich gucke jetzt dran finde denn das vor wie ich es vorfinde und ihr seht jetzt quasi hier was da grad geht da ist mächtig etwas schief gegangen hier vorne unten mittig im Bild da wo auch die äh ach jetzt fehlen mir die Worte ich bin grad so irgendwie durch den Wind ähm sie näszt total ich kann das gar nicht richtig erkennen da hinten mit bloßem Auge ich muss mich jetzt auch so ein bisschen am am Display orientieren hier vorne auf jeden Fall äh Bodenpolizei war da gerade am Start eine weiße Assel ähm die sind natürlich immer am Start klettern dran rum das ist nichts Schlimmes man sieht hier unten aber äh ein umgeknicktes Bein und es ist total nass und die Schilizären hängen auch drauf also hier ist mächtig etwas schief gegangen und ich weiß jetzt nicht so richtig was ich tun soll ehrlich gesagt ich ähm ich weiß nicht so richtig was ich machen soll und ähm ja ich lass sie jetzt erstmal so aber das sieht alles andere als gut aus das kann ich euch sagen ich weiß jetzt nicht wie es auf dem Display rüber kommt aber das was ich halt mit dem bloßen Augen sehe das äh nope sie bewegt sich da tja keine Ahnung wo diese Reise hingeht aber das kann nicht wahr sein meine schöne erkannte Scoria genicolata ich lass sie erstmal so und ähm ja ich lass sie erstmal so da ist auch oben dieses Bein hier was ist das das ist ein Bein von einer Häutung oder ist das da auch abgerissen ich markiere euch das hier oben mal ich hole das mal ein bisschen mittig ins Bild das das kann ich gerade auch überhaupt nicht richtig wechseln was was da los ist ich kann das gerade hier nicht erkennen ob das jetzt eine Häutung ist aber vorne das Maul am Carapax vorne das sieht richtig übel aus das das sieht aus als wenn das ganze Maul irgendwie offen ist also da ist echt was schief gegangen ja ich jetzt bewegt sie sich versucht sich zu bewegen boah das sieht richtig ich muss da glaube ich irgendwie eine Entscheidung fällen was da los ist also ich kann die tatsächlich so nicht da sitzen lassen ich muss kurz mir einen Moment nehmen und schauen was ich mache aber das hier oben wie gesagt was da so raus steht keine Ahnung ich werde das mal prüfen ich lasse jetzt nochmal so ein halbes Stündchen allein um zu gucken was sie macht sie wird vermutlich am besten wissen was zu tun ist aber unten das Bein was da komplett das komplett schief gegangen oh Mann 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 das gibt es nicht das gibt es nicht naja ich mache hier erstmal aus und guck dann mal und jetzt sehe ich nachdem sie sich dann nochmal halb rumgedreht hat auch den offenen Riss entlang des Carapaxes und ich dachte mir so war ich das jetzt weil ich ihre Klauen gelöst habe und ich war echt so habe ich das jetzt verursacht ich habe total an mir gezweifelt und nachdem in diesem Moment aber war ich echt so danach habe ich gedacht war ich das etwa und wie gut dass ich das aufgenommen habe das hat mich so selbst quasi ein bisschen gerettet das ganze wirklich sinnig zu bewerten weil ihr müsst euch ja vorstellen die Spinne hing unter dem Kork hing so fest das heißt sie hingen jetzt muss ich kurz überlegen wie ist das dargestellt so auf dem Rücken sie hing hiermit fest ja das ist die Spinne von unten das ist sie von oben ich halte den Finger hier dran sie hing so unter dem dem Kork nach vorne ja hatte sie zur Kamera also so quasi hatte sie sich verklemmt ich habe sie hier gelöst und in dem Moment als sie sich gedreht hat hat sie sich gedreht also wie gesagt ich wünschte ich hätte die Skills das grafisch hier darzustellen diese Beine habe ich gelöst so so hingen sie dran die sind jetzt zu euch gerichtet in dem Moment hat sie sich gedreht so und in dem Moment wo sie auf dem Bauch liegt ist ja die rechte Seite nach hinten und das ist die Seite die ich gelöst habe die Verletzung die ich aber gesehen habe und in dem Moment habe ich das überhaupt nicht kapiert die ist auf der linken Seite also die Seite die ich die ganze Zeit nicht gesehen habe wie genau dieses verkrüppelte Bein und so das war angezogen ich habe das ich habe das jetzt das erste Mal gesehen und da habe ich aber echt erst an mir gezweifelt weil ich gesagt habe war ich das jetzt ne kann ich ja nicht gewesen sein hätte ich ja gesehen ich habe ja drauf geachtet das war so minimalistisch eine kleinste Bewegung hat ja gereicht weil alles so filigran ist trotzdem hat sie die Kraft nicht gehabt und wie gesagt da war ich da war ich durch da war ich richtig durch und dann später sortiert mit einem relativ kühlen Kopf auch mit den Videoaufnahmen das bewertet und dann habe ich festgestellt ach nee die Seite wo ich sie quasi gelöst habe erstmal war es so minimalistisch das hätte man auch jetzt von der Seite her im Nachhinein bewertet kann gar nicht sein aber es war die andere Seite und dann ging es so weiter jetzt weiß ich auch was das ist gerade nach ein paar Minuten also mir lässt jetzt eh keine Ruhe habe ich reingeschaut das ist ein Bein wo sie gerade ich weiß nicht drauf rumkaut oder so aber man sieht hier auch die die Schilizären da an der Stelle ach keine Ahnung keine Ahnung sie hat ein Beingrad in der Schnauze von sich und es sieht für mich nicht so aus als wenn das ein Häutungsrest ist ich lasse jetzt so wie gesagt halbe Stunde gucke ich da nochmal drauf und gucke was passiert ist aber das sieht nicht gut aus dann ist dann dieser Moment gekommen wo ich für mich festgestellt habe da gibt es nichts zu retten also die Mühe alleine will ich dem Tier gar nicht antun und in dem Moment wo ich sie dann auch also ich hatte ja ihr seht gleich dass ich den Entschluss gefasst habe nachdem ich dann nochmal drauf geschaut habe in Ruhe ohne Kamera für mich dann habe ich da vorgesetzt und habe geleuchtet mit der großen Taschenlampe und wirklich ausgeleuchtet und so und da habe ich für mich gesagt okay du musst dieses Tier tatsächlich erlösen ist meine Pflicht war ein ziemlich beschissener Scheißmoment ist immer ein ziemlich beschissener Scheißmoment und ja so ging es dann weiter so ich habe jetzt die Situation nochmal bewertet ihr seht es hier mittig im Bild markiere das Beine komplett verdreht das ist nicht das Bein was sie sich abgerissen hat oder so das konnte ich nicht erkennen ich werde dieses Tier jetzt erlösen müssen und ja muss halt gucken wie ich muss das erstmal für mich auch denn verarbeiten also ein Tier was ich wirklich selber auch herangezogen habe bis gestern Abend alles gut meine schöne Genicolata sie hat ja auch eigene Videos hier auf dem Kanal nützt alles nichts ich werde jetzt das Tier erlösen und ich weiß nicht ob wir dann nochmal drauf schauen oder so das geht gar nicht also da ist bei der Häutung und ich frage mich ob es wirklich an dieser Spalte hier gelegen hat weil mir kam das ja vorhin schon so vor dass sie da festhing und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt okay da stimmt was nicht die Beine sind völlig auf Spannung dann habe ich gesehen die zieht immer und man sieht das ja auch in dem Video vorhin nur da habe ich das in dem ersten Teil gar nicht so richtig bewertet und auch gar nicht richtig drauf geachtet und dann hatte ich ihr da raus geholfen sie hing fest aber das kann unmöglich diesen Schaden an diesem Tier verursacht haben mit der Schilizere und so deswegen das ist schon Wahnsinn aber nun gut sie nest halt überall im Maulbereich es ist alles kaputt an dem Tier ob sie sich da selbst so drin gewunden hat oder so vielleicht schauen wir gleich nochmal drauf hier vorne die Häutung die sieht so weit in Ordnung aus mal schauen ja wie gesagt das am Ende kam dann habe ich sie erlöst für die die sich interessieren wie mit Alkohol also ich habe sie genommen ab einen Behälter genommen mit Alkohol gefüllt 70%igen kriegt man eine Apotheke und habe ich sie eingetaucht und da ist das ziemlich schnell das ist so die schonendste Methode genau also es kommt Gott sei Dank nicht ganz so häufig vor dass man das machen muss das hätte ich wahrscheinlich dieses Hobby auch schon längst nicht mehr aber ja das ist so die schonendste Methode früher hat man immer gesagt Eisfach aber das ist wohl nicht sehr schonend und bin froh dass man sich auch über solche Gedanken weiter über solche Sachen weiter Gedanken macht und auch weiterentwickelt Dinge immer wieder in Frage stellt ja ist ein ziemlicher Scheiß Moment also gleich zu setzen jetzt mit wenn man Tiere einschläfern muss oder irgendwas und die Frage die ich mir im Nachhinein gestellt habe die ihr euch vielleicht berechtigterweise auch stellt wieso nicht schon früher erlöst ja wieso verging Zeit ich weiß nicht ob die ganzen Zeitangaben immer die richtigen sind die ich da genannt habe es ist irgendwie ich habe da teilweise glaube ich von Stunden gesprochen was so im Resümee auf dem Tag mit den Terminen die ich dann auch hatte wie gesagt wenn man dann an der Pause mal dran vorbeiläuft oder so passiert ja nicht ständig was und auch so diesen Moment dass sie sich gedreht hat den habe ich ja auch gar nicht einfangen können also es muss halt irgendwann Schwups gemacht haben und dann hat sie so diesen Punkt gehabt und lag dann auf dem Bauch ob diese Zeitangaben da war ich glaube zu großzügig weil es mir auch so wie eine Ewigkeit vorkam ich habe immer gefragt passiert jetzt was und so weiter und zu der Frage da wollte ich nochmal einhaken wenn mich jetzt jemand fragt oder ihr euch fragen solltet Mensch wieso hast du denn so lange gewartet ich glaube am Ende war es nicht so lang ähm und ich will jetzt nicht sagen zu meiner Verteidigung aber man muss das auch realistisch bewerten also jeder der schon mal irgendwie ein altes Tier hatte wie bei meiner Hündin zum Beispiel meiner geliebten Hündin die ich heute auch nach wie vor noch sehr vermisse ist die halt in ein Alter gekommen und dann ist es halt so dass man sich irgendwie wünscht wenn ich morgens runterkomme soll sie im Korb liegen und ist eingeschlafen leider tun die wenigsten einen diesen gefallen und man muss dann halt irgendwann eine Entscheidung treffen aber wann ist diese richtige Entscheidung und hier heute lag wirklich eine immense Verletzung vor die ich ja auch erst nicht gesehen habe sondern erst als sie rumgedreht war und dann muss man das auch erstmal sortieren und ihr habt ja gesehen wie hin und her gerissen man war oder ich war in dem Moment und ich weiß nicht ob man das so nachvollziehen kann ich wünsche niemandem dass man so eine Situation hat aber sie gehört nun mal dazu und wir thematisieren hier Vogelspinnen und wenn wir Vogelspinnen thematisieren dann thematisieren wir das Leben wie es entsteht dazu gehört aber auch wie Leben geht und das ist halt nicht immer sehr clean, sehr sauber wie man sich das so vorstellt und das heute ist für mich auch eine nicht heute, heute ist das ja nicht passiert sondern heute mit Blick wo ich das hier wieder bewertet habe und auch gesichtet habe und durchgeschaut habe eine extreme Situation aber wo man dann am Ende doch einen kühlen Kopf braucht und ja abschließend die Frage warum hast du nicht früher reagiert und gesehen boah die ist verletzt, zieh die raus ab in den Alkohol erstens, es war nicht viel Zeit dazwischen und man muss ja wirklich erstmal gucken und beim Tier zu handeln mit der Pinzette vorzuholen oder vorzustupsen was gerade direkt im Moment noch der Häutung ist weil vom Prozessor befand sie sich noch in der Häutung sie hat zwar die alte Haut abgestriffen aber das rumdrehen und erstmal sich bewegen und zurechtkommen gehört ja auch zum Teil der Häutung zu dem Prozess Häutung das ist ja nicht nur Schlupf raus und jetzt hat sie sich gehäutet also die Haut hat sie dann abgelegt aber da passiert ja noch mehr und das war halt der schwierige Moment weil ich ja auch aus der Situation kam dieses Gefühlschaos oder dieses Auf und Ab Chaos will ich gar nicht sagen das richtig zu bewerten ich weiß jetzt nicht wie lange dieses Video wird wie gesagt nochmal die Bitte hier am Ende wenn ihr das kommentiert oder so hoffe ich in dem Moment werdet ihr es wahrscheinlich eh nicht sehen aber ich wünsche mir halt wenn Kommentare hier auftauchen das zu bewerten dass dann auch das ganze Video geschaut wurde und ebenso interessiert mich natürlich ebenso wie das bei euch war was ihr jetzt schon für extreme Situationen hattet dass ich eine Spinne vorgefunden habe in dieser Situation kam schon oft vor also Situation Häutung schon hunderte Male war ich in der glücklichen Situation das auf Live-Ebene miterleben zu können bei kleinen Spinnen, bei großen, bei alten Spinnen dass das so ein Desaster wie heute wird ist mir in all den Jahren noch nicht untergekommen irgendwann ist immer das erste Mal naja ich weiß noch nicht die Spinne liegt nach wie vor in Alkohol wenn ihr Interesse daran habt diese Spinne tatsächlich zu sehen nochmal zu sichten die Verletzungen das alles mal so zu sehen dann schreibt es hier gerne rein ich werde mir Gedanken machen ob wir das dann machen aber ist dann halt auch ein Moment wo ich wieder mit einer Pinzette einem Stift vielleicht ein Essensstäbchen mal ein guter Tipp letztes Mal den ich mir zu Herzen genommen habe an dem an dem Totentier rumhantiere das hat bei manchen schon mal verstörend gewirkt gab es ja schon den einen oder anderen Moment ja und noch einen Satz hinterher weil es letztens ein Thema war ja ja chromatopelma zirnepubestens Männchen wurde gefressen wie kannst du nur glaub mir eins ich hätte es lieber gehabt dass eine alte Spinne so vielleicht einem Fressfeind zum Opfer fällt anstatt dieses Erlebnis fürs Tier gedacht nicht für mich fürs Tier gedacht aber so ist es das war das Video das letzte Video mit dem Lebenszeichen von meiner Alcantus Chorea Geniculata das war das ist ein Zufall 3 2 2 2 2 2 3 4 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020